Damn! Das ist urgut! Willkommen zu einer neuen 10-Zutaten-Challenge. Heute mit, oh Gott, dieser Familie, um genau zu sein, die liebe Lea und die Mathilde haben mir 10 Zutaten aufgegeben. Heute eine extra Herausforderung, und zwar müssen die Zutaten mit den Buchstaben A bis J beginnen, also den ersten 10 Buchstaben des Alphabets. Los geht's! Tada! Okay, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich habe noch keine Idee, was ich damit machen werde. Also nochmal, wir haben A wie Ananas, B wie Brokkoli. Was soll ich denn mit Ananas und Brokkoli? Das ist ja schon allein eine wilde Kombi. C wie Cheddar, Dinkelmehl, aha, jetzt wird das so gesund, edli eingelegte Tomaten, F Frühlingszwiebeln, E, F, G, 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 ne? Geflügelschinken, und das F habe ich da hinten noch mit dran, Hefe, Ingwer und J wie Jutsalz. Das, was naheliegend wäre für mich, Pizza Hawaii oder Toast Hawaii, wir haben keinen Toast, zumindest haben wir Mehl und Hefe. Nur, für die Hefe brauche ich irgendeine Flüssigkeit. Ich habe die eingelegten Tomaten, aber ist das Öl oder ist das Wasser? Ist das Öl, oder? Das ist kein Öl, aber es ist Essig. Kann man Teig machen mit Essig? Sollen wir das probieren? Okay, dann mache ich jetzt mit der Flüssigkeit hier drin, was eine Mischung ist aus Maltodextrin und Oregano und Hefe und Dinkelmehl und ein bisschen Salz und Teig. Also, es wird eine Pizza. Pizza. Let's do it. Weißweinessig, ob die Hefe da überhaupt drin geht, wenn das, ich habe keinen Plan. Mach das nicht zu Hause nach. Okay, dann machen wir mal hier auf. Dann tropfe ich erstmal die Tomaten ab. Wer mag eingelegte Tomaten von euch? Das ist auch so wenig Flüssigkeit. Okay, ich mache einfach nur ganz wenig Teig. Ich mache so eine Pizza-Schnitte. Noch ein Schnittchen, Schnittwittchen? Dinkelmehl ist sowieso schon immer sehr, naja, sagen wir mal, intensiv im Geschmack. Man muss die gehen lassen, aber der Vorteil, den man hat, ist, man muss sie nicht mehr anrühren, im Gegensatz zu normaler Hefe. Ich gebe sie jetzt direkt zum Mehl. Willst du einmal riechen? Mhmmm, yum, 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 yum. Wirklich, soll ich das jetzt echt machen? Ich mache das jetzt. Das sieht jetzt auch wirklich schön aus. Sehr schön. Liebe Mathilda, liebe Lea, ich freue mich dann zu lesen, was ihr aus den Zutaten gemacht hättet. Schreibt mir das doch mal. Was habt ihr euch dabei gedacht? Vielen Dank. Das ist jetzt ein kleiner, wirklich ein kleiner Teighaufen, aber das geht ja noch. Gehe noch ein kleines bisschen Mehl dazu, dann knete ich mit den Händen weiter. Ich lasse den Teig mal gehen. So, dann wasche ich mal Frühlingszwiebeln und Brokkoli und dann wird einfach alles geschnibbelt. Ich knete den Teig mal ein bisschen, weil vielleicht geht er dann eher auf. Ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Chance dazu besteht, aber ich habe bei Teig auch oft Angst, dass man zu viel knetet. Okay, scheiße, dass es uns nicht hetzen lassen soll. Fuck. Okay, ich habe nichts gemacht. Dann schäde ich die Ananas. Ich will ja keine Zeit verlieren, deswegen heize ich den Backofen schon mal vor. Ich würde sagen, ich heize den vor auf 180 Grad. Habt ihr denn irgendwie einen Ananas-Hack für mich? Wie wenn der Ananas richtig schiehlt und schneidet. Das ist einmal in der Hälfte durch. Ich würde sagen, auch so Scheiben. Was würdet ihr mit den Zutaten machen? Schreibt mir das mal. So, also jetzt noch hier Brokkoli. Ich habe übrigens der Lea und der Mathilde auch ziemlich fiese Zutaten aufgegeben. Bin sehr gespannt, was sie daraus machen werden. Müsst ihr nachher vorbeischauen. Den Käse kann ich ja schon mal bereitlegen. Boah, dann schneide ich auch gleich noch. Frühlingszwiebel. Ich war gerade in den USA und da habe ich natürlich urviel Pizza, aber noch mehr Burger gegessen. Vielleicht denke ich deswegen jetzt auch sofort an Pizza. Vielleicht hätte man auch noch was ganz anderes machen können. Ich denke, das reicht. Aber ich muss sagen, Burger können die Amis, aber Pizza, also ich habe nicht wirklich gute Pizza gekriegt. Die amerikanische Pizza ist ja so diese schön dicke, aber ich bevorzuge eher die italienische. So, je dünner, desto geiler, wenn der Tag eigentlich noch so knusprig ist. So kriegen wir es heute sicher nicht hin. Ich mache jetzt so Ingwer klein. Ich brauche ja nicht viel. Welche Landesküche ist eure Lieblingsküche? Ich bin gerade mega auf dem Mexikanisch-Trip, nachdem ich jetzt in den USA war. Ich liebe Mexikanisch und ich könnte das, glaube ich, jetzt täglich essen. Und dann noch die Gehflügelwurst. Auch sehr schlau. Mir ist es sehr schwer gefallen, Zutaten zu finden mit I. Ingwer. Das ist nämlich lustig, weil ich habe den Mädels auch Ingwer aufgegeben, weil mit I ist mir nichts eingefallen, was gut gepasst hätte irgendwie. Was so halbwegs gepasst hätte. Fällt euch ja noch irgendwas mit I an? Ein Essen mit I? Flo, ich bin mal eh. Flo so. Sie hat recht. Ich habe jetzt recht. What the fuck? Wieso hat sie recht? Sie darf nicht recht haben. Die Tomaten, das kann ich auch noch schneiden. Vor allem finde ich sehr raffiniert eingelegte Tomaten. Also das finde ich sehr kreativ. Auch wenn ich sie nicht mag. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Ein bisschen ist das schon gegangen. So ein Müh. Ganz wenig. Ich meine, das war jetzt auch keine Stunde. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich nehme das jetzt einfach so raus. Ich mache es jetzt. Ich tue es jetzt. Ja, I'll just do it. Ich nehme ja schon das Backblech raus und lege Backpapier drauf, damit das alles schon auf dem Backpapier passiert. Ich tue es jetzt einfach hier auf dem Backpapier. Ich habe so viel Mühe gemacht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ist das glücklich. Meine Fresse. Das ist die Katastrophe. So, klein, aber Pizza. Doch rund und gesund, weil mit dem Dürrmehl. Also normalerweise hat man ja Tomatensauce unten. Deswegen fange ich jetzt mit den Tomaten an. Ein bisschen Wurst. Und ein wenig Ingwer. Ein paar Frühlingszwiebeln. Das wird eine großartige Pizza. Ich freue mich so drauf. Das ist jetzt Pizza Hawaii a la Hannah. Aber ich persönlich, ich liebe Käse. Das heißt, bei mir gilt einfach immer, je mehr Käse, desto besser. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, was da in dem Teig drin wäre, würde ich sagen, ja, das ist eine tolle, gesunde Pizza. Jetzt noch salzen, weil das Salz muss ich auch noch benutzen. Und jetzt bin ich saugespannt. Für 20 Minuten gebe ich es jetzt mal bei 180 Grad in den Backofen. Schauen wir, was passiert. Doch, jetzt darf ich probieren. Okay, ich glaube, ich nehme es einfach mit den Händen. Der einfache Halber. Auch schon tut es super. Das schmeckt uhrgut. Also dieser Weißwein-Essig war, glaube ich, im Geschmack recht intensiv. Und dadurch schmeckt der Teig halt auch echt intensiv. Ich mache nur noch so Pizza. Der Teig schmeckt wirklich witzig. Das ist richtig gut. Vielen Dank für die Zutaten. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch was Gutes draus wird. Ananas. So Leute, jetzt schaut unbedingt bei den beiden Mädels vorbei. Die haben sicher auch was ganz Kreatives gezaubert. Direkt hier kommt ihr zu Oh Gott, diese Familie. Und hier kommt ihr zu einem weiteren coolen 10-Zutaten-Challenge-Video, was jetzt sehr umständlich gesagt war. Aber hier gibt es eine weitere 10-Zutaten-Challenge. Und hier könnt ihr mir ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns hier gleich. Und dann hier. Bussi. Bye-bye.